Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Trouble in Terrorist Town ja und bei mir da ist der Dalu. Der zögert das in die Länge, ich glaube er will mich töten. Irgendeiner hat die Traitor verlagt hier und der Kundran und der Maxi und der Nefi und der Tautran und der Fisk und die Juli. Ich habe da Schaden bekommen. Ich glaube jemand hat die Traitorfall aktiviert hier. Hier gibt es gar keine Traitorfall. Ja, aber die Türen sind so toll. Wo habe ich dich da eingeklemmt? Juli? Ja, ich wurde eingeklemmt. Juli? Ja. Von welchen beiden? Juli? Ja. Wo bist du? Ich bin da bei der Tür. Kann man das Ding einklemmen? Ich gucke jetzt fern. Ja. Hier, guck mal. Ey, ey. Hier. Wer war das? Wer ist hier reingerannt? Hier, ey, Tautau, wer ist an dir vorbeigerannt? Gude Boy, was? Gude Boy, was? It's a trap. Dalu oder McFly? Einer von denen. Habe mich runtergeschossen ohne Ende. Juli ist auch jemand schon mal tot. Dalu ist es. Nein! Stopp! Die lachen. Was zur Hölle ist da denn los? Dich hat einer mitgenommen. Ich habe euch noch einen mitgenommen. Oh, oh. Warum lacht ich mich? Lacht die arme Frau nicht so aus. Alter, was ist da los? Was ist da passiert? Was ist da passiert? Weg hier. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Du kommst wieder. Da. Oh. Hab gerade getrunken. Danke. Du darfst nicht reden. Du darfst nicht reden. Ich bin betrunken, sorry. Komm, Grenzi, guck ein Fernsehen. Ach, Juli, ey. Ich kannte die Box nicht. Ich auch nicht. Dalu war das. Nein, Mann. Schalten, ey. Nein, Grenzi klaut mein Fernsehen. Wo seid ihr denn alle? Warum bist du es? Ja, ist das schön. Nein. Grenzi hat das Mobile-TV erfunden, ey. Wo seid ihr jetzt alle? Das frage ich mich auch. Juli war echt das Geilste überhaupt. Was ist denn mit ihr passiert? Ich habe so eine Box gefunden. Sie hat gesagt, sie hat Schaden gekriegt und auf der Box war so ein Medikit-Zeichen. Dann habe ich die zu ihr gebracht und das war schon mal eine Traitor-Falle. Dann hat sie dieselbe ausgelöst und ist gestorben. Ich habe es erst nicht verstanden und dann ging es auf, was sie getan hat. Ich hatte gerade kurz eine Vergiftung und dann ging es wieder weg. Du bist doch der letzte Traitor. Nee, bin ich nicht. Ich glaube, Pixo ist der letzte. Ja, glaube ich auch. Äh, ich meine natürlich, nein. Ist er es? Gehen, au! Warte, bist du jetzt vergiftet? Nee. Hast du so viel Schaden gemacht? 50, aber ich regeneriere wieder. Ja eben, das hatte ich ja auch, genau. Und links hatte ich eine Giftmeldung. Äh, ja. Kannst du Leute vergiften kurz? Jetzt gehen wir zwei Minuten Vergifte ein. Goro war oben hier auf dem Dach. Goro, was, äh, was? Ah, jetzt habe ich wieder runtergefallen. Nein, hier habe ich die Giftmeldung und jetzt regeneriere ich wieder. Was wählt das wieder hier aus? Cool ist das Ding, der Wille? Nee, jetzt habe ich auch gemacht. Ja, das ist richtig cool irgendwie. Damit kannst du Leute kurzzeitig vergiften. Ich glaube, Pixel ist es. Ich glaube auch. Oh nein, TauTau. Wobei TauTau ist auch noch da. Ja, aber TauTau ist Detective. Das Ding hat ja noch das Garten. Das macht ja nichts. Detective Traitor. Dann spielen wir wieder Tino. Ich habe Grands wieder belebt. Oh ja, Gift Tino. Oh, wieso hast du deinen Grands wieder belebt? Weil er von Dalo getötet wurde, damit er innocent ist. Ja, aber du hättest mich auch heilen können. Was ist denn jetzt? Zeig mir, warte mal. Zeig mir, wo die Leiche von Julie ist. Da gibt die Pixel. Die Leiche von Julie liegt von vorne. Die hat sicher noch Credits dabei. Du musst rausgehen aus deiner Brutze da. Das Ding ist voll toll. Ja. Du bist halt zu nett zu mir. Du heilst dich doch wieder nach denen. Das sage ich mir auch. Julie hat ja auch. Da hat gerade einer geschossen. Ja, Goro hat geschossen. Aber Goro ist ja... Goro ist ja... Goro? Goro, wo bist du? Komm mit. Komm mit. Oh, mein Gott. Boah, Grins! Draußen bleiben. Pixel bitte draußen bleiben. Warum denn? Ach, du bist so da gelaufen. Ach, drüber laufen macht auch schon schade. Ich weiß es nicht, ich denke. Das ist aber fies. Der schmeißt den Fernseher und trifft mich fast neu. Oh, danke. Oh, ich lege ja den Fernseher. Oh Gott, Grins. Nice, danke, Tata. So, jetzt wollen wir uns das sicher. Jetzt könnt ihr wieder rein. Bester Mann, ey. Ich bin jetzt. Bester Mann, die Uweißen. Ich glaube, es ist Pixel. Goro, Goro, können wir jetzt Pixel erschießen? Warum denn? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Eben. Eben. Bossa, wenn du für Pixel bist, dann schreib da irgendwas in den Sand. Ey, dann auf mich anzuschießen. Jeder schießt einmal, dann wissen wir nicht, was passiert ist. Hallo, hört ihr mal auf den einmal einschießen? Der Letzte, der ihn tötet, ist dann schuld. Echt fies. Warte mal, vielleicht will ich jetzt Medi-Kit machen. Wee. Einmal ins Bein schießen, so. Ey, Leute, ich habe noch 16 Leben. Wee. Heil ihn doch mal, Alter. Ich habe ihn getroffen. Ist doch fies. Wo ist der Stick? Ist wirklich fies. Wäre ja fies, wenn ihm jetzt einer eine Box ergibt hier. Weiß, was fies wäre. Warte mal. Pixel, warte, warte, warte. Pixel, hier. Big fool. Jetzt heilst du den Traitor. Yes. Geht doch. Das ist so unbietig. Pixel, du darfst nicht immer dein Target verfolgen. Du musst irgendwann anfangen. Julie, was war da los? Ja, was war das für ein Geschenkbox, die du da gegeben hast? Warum hast du mich am Anfang eigentlich verdächtig, als du gesagt hast, Dalu oder McFly? Weil mir so viel Schaden gemacht wird von einem von euch beim... War total sweet von dir, Julie. Ich war auch nicht. Ich bin ja langgelaufen plötzlich. Und dann hast du ja McFly hingerichtet gehabt von meinen Augen. Aber du hast aufgehört. Ja, aber ich dachte, okay, vielleicht ist er wirklich Traitor und du willst ihn confirmen. Der Stick hat ihn gekillt, ne? Ja. Dann hab ich ihn halt dran gehalten und dann gesagt... Der Stick aus Truth. Pixel Spaß. Wo hoffst du denn eigentlich her, der Stick? Der lag in dem Raum. Der Stick. Ich knall Pixel Spaß direkt ab, wenn ich's wert. 100 Euro bei Amplität. Loser ist es. B-B-B-Botzt. B-B-Botzt. 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 B-Botzt. 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 ich weiß nicht gestorben. Noch ein Mörder. Goro ist fast gestorben. Aua. Danke. Es ist Pixel. Pixel Spaß. Wer war es jetzt? Goro? Oh, das ist fast Borna von Dalu. Oh. Und ein Deadringer ist er. Oh man. Geh weg damit. Jetzt nicht. Ich sollte nicht diese Waffe in der Hand haben. Hast du tot, Fisk? Äh, nein. Niemals bin ich tot. Doch. Das wird doch nix. Oh nein. Oh nein. Immerhin noch zwei mitgerissen, ey. Julia hat vor allem, wenn ich weiß. Ich bin wieder mitgerissen. Du bist voll schnell totgegangen, Nefi, irgendwie. Totgegangen. Habe ich halt wahrscheinlich gut getroffen, dann. Waren auf einmal viele Fässer, Fisk? Ja, auf einmal. Aber was macht ihr denn alle in dem einen Raum, ey. Mensch, Atois, Rands. Ey, du hast leider direkt wieder eskaliert. Ich wollte gerade in den Chat. Ich musste. Ich kaufe den Faszinator und dann laufen wir zusammen rum und du knallst einmal direkt. Ich hab ja gesagt, wenn ich's werd, knall ich Pixel ab. Deswegen musste ich's ja machen, dann. Das ist so fies. Wenn's angekündigt ist, muss ich's machen. Ja, eben. Das ist in Ordnung. Konrad kassiert jetzt auch, wenn ich Trader habe. Wenn ich's jetzt werd, ist Nefi dran. Math Station. Ich hab vergessen, dass Kuro noch einmal random killen muss. Ne Milch Station. Ach. Gestern, das ist von gestern. Das ist verjiert, Konrad. Nee, das mach ich jetzt. Wo bist du? Oh, hier sind Kameras. Ich bin über dem... Natürlich sind im Gefängniskamera. Ja, aber man kann auch gucken. Wo ist Kuro? Alles nur Attrappen hier, ey. Das darf nicht auffallen, ey. Nee, ich hab zu viele Punkte gemacht. Hey Leute, wer will mich besuchen? Grüßt euch. Ich hab grad Sprechzeit. Da oben passiert schon wieder Dinge. Da oben ist der Faszinator. Pixel-Spaß. Hallo, Pixel-Spaß. Keiner kommt. Pixel-Spaß. Nicht-Cap-Spaß. Nicht-Cap-Spaß. Dann noch mal einen Game-Spaß, sonst verstehe ich das nicht. Sorry. Kein Problem. Hey Nefi, ich hab jetzt Besuchszeit. Ich hab jetzt Besuchszeit. Mach du mal hier die Sachen sauber. Okay. Eigene bösen Wörter. Was will denn hier runter? Der Wächter geht um. Oh, Entschuldigung. Der Wächter geht um. Der plumpstack. Äh, raus hier, raus. Ich glaub Tautau hat grad eingekauft. Raus, hab ich gesagt. Das ist schon raus. Warte noch mal, das weiß ich nicht. Warte bis der wieder an ist, ey. Dann gibt's, ey. Ich geh jetzt wieder los. Komm, Koro, komm. Okay, okay, okay. Mach an. Machst du da, Grace. Da ist er wieder. Was? Raus, Tautau, raus. Wir können Loro bei gleich mal testen hier. Los, lauf. Wieder in eure Zelle. Das war knapp. Geht wieder in eure Zelle. Julie. Ach, Maxi. Einschluss. Toll. Mach wieder auf. Ihr müsst rein in eure Zelle. Wie ist das Zauberwort? Arschloch. Ich muss das erstmal zu Wort ins Office bringen. Geht doch. Wie ne Mausefalle, du. Ich hab ein Report von Goloboy aus dem Weg, ey. Ein Trader ist ja schon mal klar. Ey, Pixel God. Damit kann man doch bestätigen, dass einer Inno ist oder nicht? Ja, ja. Nein. Doch. Doch. Wie als ob ein Trader davon direkt sterben würde. Äh, man kann aber, ne, man kann ihn damit identifizieren. Ey, wer rennt da auf dem Hinterhof rum? Das könnt ihr auch, wenn ihr mir noch 50 Leber abziehen. Au. Ah. Was denn bei der Wege, ey? Gibt's noch keine Leiche? Oh. Aber einen Trader gibt es. Eine Leiche nicht. Ach, ich kann auch einen raus. Die Tonbandaufzeichnung laufen. Oh, alle Laufnehmer da. Der neue Film. Alarm. Alarm. Zwei Leichen und ein Trader. Wurde er umbenannt und deswegen Endzins. Ja, ich weiß, wohin muss. Aber Weg ist lang. Ich seh's ja gerade. Pixel Spaß hat gerade nicht geschafft. Nicht euer ehrlich. Einschluss in Zelle 9. Es ist Pixel Spaß. Einschluss in Zelle 9. Uuuuuh. Uuuuh. 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 Und dann, ja und dann. Alle gefangen jetzt hoch. Leute ihr könnt euch Goro holen. Ich hab ihn. Goro? Ich hab Goro gefangen. Ist es wieder Goro? Ich hab meinen Spray da gelassen. Muss der unterschreiben? Machen sie auf. Schnapp ihn dir. Mach ihn fertig. Ist auf. Drück. Ohhhh. Das haben wir nicht gemacht. Okay, gut gemacht. Mach ihn fertig. Chuli ist tot. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Chuli wusste ich nicht. Hier. Ich mein Crabs hat das letzte Mal da drauf irgendwie seinen Namen geschrieben oder so. Okay. Oh ne Wäscherei. Alles wieder gut. Was ist hier passiert? Chuli. Was ist hier passiert? Goro Borei hat. Crates looted. Ey hier hat jemand Goro getötet. Ich lebe doch noch. Goro lebe. Oh Goro das war doch ein guter. Oh oh. Ich glaube ich hab die Fässer abgeschossen. Ich glaube auch. Ich glaube nicht. Ich spack aus. Oh. Was passiert da? Tau Tau. Tau Tau. Ist hier irgendwas interessant? Ist einer gerade am Trader Tester? Fickst du? Hab den hier umgebracht. Juli. Hier du da. Kunran komm rein. Du hast Fickst. Was Juli umgebracht ist. Batsch. Ja. Doch. Oh das Auto hat Goro überfahren. Kommst du denn da drauf? Wandel den dazu. Wie ich da rauf kommen, weil da deine DNA dran ist. So jetzt gleich haben wir den. Wer ist dran? Ist dran? Ja ja. Mach auf da. Wer hat DNA? Trader. Easy. Häm dich. Ist das unterschrieben da du das Ding? Ja. Da muss der Name irgendwie draufstehen glaube ich. Ist ja die Konvention drauf. Was ist das hier? Fisk hat das vorhin auch nicht funktioniert. Das muss in Wardens Office man. Ja. Und zack. Analysiert. Aber es kam auch ein Sound. So ein Dill Dill. Ach da muss das rein. Du hast das jetzt woanders hingepackt als Fisk. Aber bei Fisk hat das auch funktioniert gerade. Aber ich glaube der Sound der kam war gut. Also ich glaube das war so ein. Ja stimmt. Wenn es Raider wäre wäre das Lichtrot geworden. Also Kundern ist safe. Danke. Bin auch safe. Und wo ist das jetzt hin das Teil? Ja das muss mir dann in den Tester rein. Neuen. Das wurde schon analysiert. Aber Fisk hat das doch schon mit mir gemacht. Ja aber da kam kein Ergebnis raus. Ich hab die Goros Akte. Die DNA war für den Arsch. Hier Goro ich hab deine Akte geholt. Eckfly hier. Rein da in den Raum. Da rein. Da rein. Hast du ja schon viel zu Schulden kommen lassen. Ja. Rein da in die Kammer. Da passiert noch nichts. Selbst wenn du ein Traitor wärst würde da noch nichts passiert. Na komm Nefi du bist. Hier nimm dir mal ein neues Hand lieber. Ja. Ich glaube Nefi ist es. Selbst wenn du ein Traitor bist. Du bist der Traitor Tester. Aber selbst wenn du ein Traitor bist passiert jetzt noch nichts. Weil jetzt meinte er hat die Maschine an hier. Ich finde das Klo ne. Das ist der elektrische Stuhl oder? Keine jetzt. Ich hab hier dein Protokoll. Ich hab null. Ey da traut er. Tau Tau. Er will mich verfolgen weil er weiß was der Traitor ist. Ich hab's am Determs machen so schlau. Es ist der Traitor. Wer wer. Mit dem Schild. Wer denn. Tau Tau. Tau Tau ist der Traitor. Bring den Zettel noch weg. Ja. Das wird nichts mehr. Ich hab Pairing schon mit dem Triggerfinger rumgespielt. Wer war der letzte dann? Tau Tau. Mit nichts mehr. Pigs. Achso Pigs für Spaß auch. Ja wie lange dauert das denn bis die DNA Decade? Pfff. Eine Minute. Geht eigentlich sofort. Einhalb Minuten? Neu Decaded ist ja auch eine Minute. Nein. Da gibt's ne Formel für Distanz mal 1,3 Sekunden zum Quadrat oder so. Kann ich leider nicht. Das klingt sehr gut. Goro kann ja auch nicht mal Minuten in Stunden umrechnen hab ich heute gesehen. Das musste heute übrigens mein Sechsklässler machen in der Nachhilfe, Goro. Und? Hat es geschafft? Ja, besser als du. Oh Gott, Vorsicht. Oh Gott, da kommt ein explosives Fass. Wo kommt das her? Man weiß es nicht. Bestimmt ein Spawner. Aus dem All bestimmt. Na Goro. Hier Juli, noch ein explosives Fass. Oh. Du hast auf deiner Liste. Hey, sie da drüben. Hallo hier. Wahnsinn. Hallo Grant. Wär doch schade, wenn der Stuhl dich erschlägt. Ach nee. Hör auf mit Props. Das dauert nicht. Der Pixel. Der Pixel. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Der Pixel ist doch hier eingesperrt. Guck mal, wer ist denn da drin, ey? Der Pixel. Der Pixel ist eingesperrt. Was mach man denn jetzt mit ihm? Ich mach auf. Ey, Goro, hast du da grad nen Fass gespawnt? Ah, letzte Runde hat er mich doch gekillt, nicht wahr? Ey, Goro hat grad dieses Fass da gespawnt. Goro hat das nochmal zugemacht. Das kenn ich immer auch. Unterverdacht. Tautor, das hat Goro gespawnt. Äh. Und dann Tau Tau. Komm. Ich geh jetzt Goro. Maxi, geh doch mal ran da. Wie soll ich leiden? Lass mir ran da, denn sie will ja. Lass mir ran da, denn sie will ja. Lass mir ran da, denn sie will ja. Ja, Achtung mit dem Päckchen. Ich hatte es vorhin von Goro bekommen. War nicht schönes, was drin hat. Mach mal das Päckchen hier. Hier, fangt! Ey. Immer weitergeben. Man muss nur... Knassenschlägerei auf dem Hof. Oh, der Pixel ist verdächtig nah dran. The Pixel. Ohhhh. 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 Schlägerei auf dem Hof, Leute. Aber man hat auch keinen Damage bekommen. Ohhhh. Ey, läuft! Headcrap. 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 Maxi. 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 The Pixel. Der Pixel. Gar nicht. Ohhhh. Das war... Hey, Kundran, warst du das? Nein. Ich hab sogar noch davor gewarnt. Irgendeiner hat mich angeschossen. Da, lo ist es. Er hat den Deadwinger. Big D. Hehehe. Hey, und Kundran auch! Kundran auch! Nein, Goro heißt er! Goro ist da! Was? Goro ist da! Goro ist da? Goro ist da! Goro ist da! Gores ein! Es ist ein. Scheut Goro ein! Goro ist da! auch eine ordentliche waffe granz du weißt wie wir das mann kombo jetzt wenn du da los konfirmt ich sehe den namen nicht wer ist da oben ich kann es auch nicht sehen irgendwer hat von rechts geschossen hätten ja stimmt wie es war küche gibt jetzt auch stress brennt ist wiederbelebt worden wieso wiederbelebt ich war den tod ich habe dich mit der scheiß abp getroffen ja ich was drauf nach mich und nix war passierte ich könnte mir hier ein bisschen wenn wir mal ja ja war ja das ist der nabel den ich mag kamen aber schlecht ist doch gar nichts dass du da aus meinem neben den ein aber krass die afp trifft da überlebt ja ja wie du eiskalt obwohl ich genau neben dir steht in der anmachst ja ich stand genau hinter der mauer um die ecke so wollte gerade rein gehen und du stehst da so jetzt gibt es nur die leute lieben die leute lieben die leute wollen eigentlich dass wir itali immer von anfang an machen das fand mir so schön hier mit der 18 bis nach itali war uns zu heiß auf dem zug wir mussten raussteigen ich bin heiß wie ein vulkan prop kill incoming mit der orange nein mit dem ziegelstein auf tauter oder wie so shotgun kriege melone auja ich will die shotgun oder ich töte dich ich muss die melone schlafen das geile war ja ne paypal hatte probleme leute ihr habt nichts gesehen oder leute nein was denn das lustige ist ja HÄH das prop in meiner hand flott zur tasse das ist unfair ich wollte gerade mit dem prop kill das war sehr random das lustige ist early hat ja geschrieben äh fiddel vor äh mach das passwort mach das passwort bitte zu garten TauTau paar minuten später das war TauTau pixel ist noch da pixel bin da natürlich bin ich da guck mich mal da TauTau ist raus nefi ich habe eine intervention in der hand das ist TauTau ich habe einen dna scanner gehabt ja weil Kundran war noch nicht detective so von der kleidung her er hat Goro war erschossen und dann habe ich Kundran erschossen ja grüß dich TauTau grüß dich TauTau jetzt ist er sogar im spiel ausgetimt das ist echt paradox hier das war das Garten war das Passwort oder ja die Karte McFly genossen ja nehm Moment rein zu Abschliff wie oft bist du Dehter heute TauTau was sagst du? was war heute das heutige Passwort? immer noch Garten Garten mit T ja wie heißt das bei euch? ja Gorten 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 Gordon, Mittag. Hast du so einen weichen Tee geschrieben? Mit Tee. Garotten. So wie es halt im Duden steht. Habt ihr sowas auch? E-A-R-T-E-N Wer ist es jetzt? Ist es Juli? Warum soll ich das jetzt sein? Irgendwann muss es ja sein. Ich hab noch nicht mal irgendwas... Hab sie! Ich hab die Melonen geschlachtet. Ja, da war DNA dran. Ja, tut mir leid für die Melone. Aber es ist eine Detective-Melone, die geben Punkt und Credit. Nein! Ihr sagt schon wieder falsche Dinge. Ja, aber du bist Crater. Ich find's gut, dass Juli sich nicht so fragt. Guck doch unten links. Hör auf mich zu Jason. Hör auf mich zu Jason. 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 Hast du jetzt Jason gesagt? Ja, Jason. Mit T, S, C, A, okay. Mit hartem Tee? Ja, richtig hartes Tee. Kann ich deine Waffe geschenkt kriegen? Nein. Kannst du ein paar Kugeln geschenkt kriegen? Pixel ist es dann, er hat mich bedroht. Da war er in der richtigen Position. Ich werf mit Stuhl. Wer werf mit Stuhl? Auf jeden Fall ist einer der Pixel. Echt? Dann hol ich mir die Waffe. Oh, er schießt auf mich. Ein HP. Ein HP. Ja, von wegen. Wer hat denn jetzt auf ihn geschossen? Ey, ich war das doch gar nicht Pixel. Ich hab überhaupt nicht geschossen. Eskalation für Detective. Eskalation. Da wurde wieder auf dich geschossen. Irgendjemand hinter dich schießt die ganze Zeit. Pixel, Pixel. Hä, wo hast du denn deine... Hä? Halt, warte mal. Pixel hatte doch eben noch eine Shotgun. Und Pixel hin. Ja, Pixel ist es doch. Hä, Fisk schießt. Fisk schießt. Die Pixel ist safe. Fisk hat ihn getötet. Ist der Pixel noch tot? Ich hab Juli getötet. Juli, Mann. Ich hab Juli getötet. Und Fisk hat Pixel getötet in der Zeit. Ey, Fisk ist es da! Okay. Oh, Sentry. Hier oben. Hey, Fisk. Fisk. Oh, was? Ich kann mich bewegen. Ich kann mich bewegen. Like a Pro. Kundran, hast du jetzt endlich deine Rache getötet? Wofür war die Rache? Für gestern noch. Ach so. Letzte Woche Mittwoch. Gestern hab ich schon wieder vergessen. Hab ich auch schon vergessen, aber Kundran nicht. Der ist wie so ein Elefant, ey. Kundran, der kann die ganze Nacht nicht schlafen. Und vom Gedächtnis auch. Er lag die ganze Nacht wach und hat gedacht, wann töte ich Goku. Jetzt hab ich den Shotgun. Aber wer schießt denn die ganze Zeit auf Pixel, ey? Und ich werd dafür fast hingerichtet, ey. Pixel, letzte Runde. Ich mach Botzer direkt. Was, nur zwei Sachen? Wie, Italy? Zwei Runden nur, ey. Ich bin wieder Detektiv. Schon wieder wurde dieses Item, was ich hatte, zu der Tasse. Und ich bin wieder Detektiv. Dann ist Juli wieder Trader. Stimmt, oh, dann hat der Random-Generator nicht funktioniert. Wir haben alle den Detektiv. Bin Detail-Trader, okay. Ist der Trader-Detektiv schon drinnen? Ja, hier bin ich. Oh! Oh! Hey, hey, hey. Was war das? Oh, da ist Nefi. Shotgun. Ich hab die McTen, ey. Pass lieber auf. Guck Goro nicht. Guck Goro mit mir. Hey. Wer hat Tauto angeschossen? Was? Da oben ist Maxi. Maxi, lebst du noch? Ich bin weggegangen von der Brücke, aber ja. Okay. Ich dachte mir so, hä? Ich bin Trader. Merkt euch das? Granade-Tauto. Bei Pixel kann man sagen, er ist Trader, wenn der ganze Zeit hinter dem selben Typen herläuft. Zum Beispiel so wie Nefi ist jetzt. Vielleicht wartet er auf den richtigen Schuss. Hier. Hey, hey, hey. Hier, guck dir mal die Gangschaltung an. Maxi McBurn. Wer ist das da drüben? So viel Chili und Blähungen. Das ist keine gute Kombi. Hier, fang. Das Chili brennt immer dreimal, Maxi, ne? Wann brennt das dann dreimal? Am Mund, am Hintern und aufm Boden. In den Augen. Da oben Kundran werf ich jetzt ab. Ja, Kundran. Übrigens ein Trader ist McFly. Der wird zwar sagen, dass das random ist, aber... Das ist random. Wir sind vorhin auch schon verletzt, ne? Ja, jeder darf mal drauf schieben. McFly ist es! Ja, der McFly. Aber wenigstens hat er zuerst geschossen. Ey, wer hat mich von oben runter geschossen? War das Füß? Nein, hier. Pixel. Ja, aber... Ich hab ne Lian fehlt. Ihr habt alle unterschiedliche Waffen. Er hat ne Mc10, du hast ne Lian fehlt. Er hatte die Shotgun. Okay. Ich sitz auf der Treppe. Okay. Pixelspaß, was? Ich bin ganz traurig auf der Treppe. Ich bin ganz traurig auf der Treppe. Da wurde gezüffelt. Natürlich war er fast tot. Ah, hier, hier! Oh Gott, im Weinkeller! Im Weinkeller! Oh Gott! Im Weinkeller, geh weg! Weck, Alter! Lass mich weitersitzen. Fisk liegt auf meinem Schoß. Ich hab alle gekillt! Warum hast du Pixel wieder wieder? Und mich auch, was? Bis zum nächsten Mal! Tschau! Tschau!